Ich bin mit acht zum Basketball gekommen, da mich meine Lehrerin zu einem Basketballtraining geschickt hat. Schwierig, ich glaube Immobilienmakler, das interessiert mich einfach und da hat man viel mit Menschen zu tun Dreier ist ein Punkt mehr Verteidigung macht Spaß, weil man da die Bälle klauen kann, überall in den Fastball gehen kann und die Gegenspieler sauer machen kann.